Jetzt haben wir eine Knallkette mit Piraten, Chineboller und zweimal El Loco als Endschlag. Jetzt haben wir eine Knallkette mit Piraten, Purocrackern, La Bomba und zweimal BN1000 als Endschlag. So, jetzt haben wir eine Knallkette mit La Bomba, Purocrackern und als Endschlag viermal BN1000. Los geht's! Musik 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 Untertitelung. BR 2018